Hallo meine liebe YouTube-Freunde, heute bei stürmischem Wetter eine Rundfahrt, die hier nennt mich den Arterodden. Ja, hier seht ihr, wie schön das alles verhandelt ist. Vielen Dank. Und weiter geht's, diesen Weg da lang wollen wir. Ja, jetzt kommt die Sonne raus. So, jetzt ist es sehr, sehr stürmisch. Aber noch mal kein Wetter, was hier noch kommt. Guckt euch diese herrlich unberührte Landschaft hier an. Da vorne fahren wir mit Rüster. Ja, jetzt fahren wir mit Rüster. Jetzt fahren wir mit Rüster. Und der Rüster. Und da sind ein Wetter. Warte,Psarbennende Rüster. Ok llegar zum Lorne beύumer beim Nerven an. Und dann będ ganz unterschiedlich zu Gast. Die estado wundersch Angelagruppe direkt und freundlich zu wissen. Aber ganz unterschiedlich zu Gastgeistитесь. Und dann bekommen wir auch die莫 Micke来. Guckt euch die süßen kleinen Polis an hier. Die ich ja gerade liest. Jetzt muss ich mich aber eilen, meine Tochter. Hier seht ihr die Schiffswerft. Und das Wetter hält, so wie es sich gehört. Nun muss ich aber schnell wieder weiter, keine Kinder mehr zu sehen. Guckt euch das an, da draußen kämpft ein Vöglein mit einem Schwan. Irgendwie gibt es hier Reibereien. Ja, uns hat es wieder unseren Haussee verschlagen. Strahlender Sonnenschein wie am ersten Tag. Nur leider etwas windig, aber gut, was soll's. Ja, das war's. ich hoffe dieses kurze video unserer kleinen ratto heute hat euch auch gefallen und ihr schaltet auch beim nächsten mal wieder ein lasst vielleicht einen daumen da oder sogar ein abo bis zum nächsten mal hier war wieder euer markt boy mit seinen kindern